So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Wir werden in der heutigen Folge mit der guten Evie spielen, war der Jacob, ich glaube, jetzt schon acht Folgen. Ja, ich glaube, acht Folgen haben wir mit dem Jacob zusammen gespielt und da ist die gute Evie. Ich glaube, Evie im Deutschen, Evie im Englischen, glaube ich. Ja, ne? Sie ist mal an der Reihe. Achso, ja. Ach doch. Ah, okay. Also, wir können jetzt hier alles erstmal soweit machen. Gesundheitsboost erhalten. Unafhaltsam ebenfalls. Das ist ja schön, dass wir genauso viele Punkte bekommen wie sie. Adlerauge, Plünderer, okay. Machen wir genau das gleiche Spiel. Warum auch immer wir das zweimal. Achso, sie ist auf Level 2? Oh Gott, okay. Okay, dann müssen wir erstmal hier Verteidigung. Wir machen hier bei ihr Plünderer. Oh, Schlossknacken brauchen wir auch noch, ne? Ja. Schlossknacken 2. Und haben wir Level 3 erreicht. Das machen wir auch. Verstümmeln 1. So, was haben wir denn noch? Wir haben jetzt noch zwei Punkte. Und dann machen wir das mal bei der Eevee. Die Hinrichtung. So, dann haben wir noch Fähigkeiten. Ne, Gang Upgrades. Genau, das ist ja für uns alle gleich. Oder? Nehmen wir die Pappspiele. Stimmt, wir hatten ja diese Feuerwehr. Tipo. Ja, grundlegendes Kampftraining für 1000. Komm. So, was haben wir denn hier gerufen? Ganz schön. Wir haben eine gemeinsame Salve. Ja, gut. Dann machen wir das auch. Wir müssen die halt dann nur wirklich rekrutieren. Wir müssen die halt dann nur wirklich rekrutieren. Oh, Strecker. Ähm. Wann, nee. Assassinenfähigkeiten. Ach, hier. Im Inventar. Handschuhe. Ja, nehmen wir das für die gute Ivy. Waffen. Haben wir ja ihren Stock, genau. Sind wir da gleich? Nötige Level 4. Muss hergestellt werden. Komm, nimm mal den. Ah, hä. Ne. Hä? Ich hab doch gerade eh... Ach so. Warte mal. Oh, ich bin überfordert. Waffen. So, wir hatten den hier, ne? Ausrüsten. Upgraden. Brauchen wir ja eigentlich nicht erst mal. Umhänge. Oh, der ist schön. Bei allen Dingen hat er noch gut schleichen. Ist er besser? Obwohl, der ist auch viel zu heller eigentlich. Monturen. Oh. Elise. Ich wollte gerade sagen, die kenne ich doch. Aveline. Schaurig schöne Damen und Tour. Oh, ja. Nachtfalken und Tour sieht auch schön aus. Shaoyun. Ja, das ist ja die... Schneezi-Chastas, die denn gewesen. Und Dr. Daniels Kleidung. Okay, wir bleiben einfach bei einfach... Eevee. Und ich würde auch die Farbe einfach mal so lassen. Umhänge. Schuss. Was? Okay, werde ich einfach mal so lassen. So. Schauen wir uns mal den Spaß an. Warum ist denn jetzt hier mein Geld rot? Oh, okay. Gut, Ivy. Mal gucken, wie wir zwei jetzt miteinander zurechtkommen. Warte mal, kann ich gleich mal gucken? Oh. Erstmal hier den Armband. Oh, den Letchers. Das ist so geil. Okay. Schön. Warte mal. Schafft sie hier weg. Gut, ich glaube, Doppelattentat wird schwierig werden. Oh. Wo bin ich? Oh. So geil. So, weg mit dir. Ist das Doppelattentat? Ich glaube, ja, oder? Schön. Ach ja, automatisch plündern habe ich bei ihr, glaube ich, gar nicht. Ja. Ja. Ist das da oben? Hallo. Tschüssi. Nitro-Li-Kisten ins Spiel mal aufräumen, oder wenn sie angezündet werden. Okay. Ach, hier. Gut, wir sind besoffen. So. 700? Ja, schön. Schön! Ah, auf die Ziele verüben, okay. Schade. Nochmal schon ein Teil befreit. Und dann geht es hier zu... Was? Mildred? Graves? Evens? Ich weiß das schon gar nicht. So. Gehen wir mal die paar Meter schön zu Fuß. Achso, okay. Ich kann mit Adlerauge nicht rennen. Es kann ja sein, dass wir wieder hier irgendeine Spieluhr oder irgendwas in der Richtung finden. Weil, wie gesagt, ich weiß aktuell nicht, wo die sich alle befinden. Was ein instabiles Ziel Leben zurückbringen. Wen haben wir hier? Mildred Grace, der Abschluss dieser Herausforderung gibt zusätzlich das Geld und ihr P-Ziel Leben zurückbringen. Ja, rein... Ja, rein... Ja. Alles gut. Was wird denn? Man kann dir mir helfen. So. 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 Ich bin zwei Haufen in London, wenn ich muss! Hab dich! Mist! Verdammt! Nein! T! So. So, weg mit dir! E! E! Verdammt! Oh! Verdammt! Oh! Oh, da müssen wir sie halt jetzt mal, so. So. Und wie müssen wir denn jetzt? Nja, war nicht ganz so, ne? Aber sie ist so mindestens lebendig. So. Aus dem Weg, Kollegen! 20 Prozent haben wir schon mal. So. Sorry. So. Oh, wo bin ich? Hä? Bin ich denn? Hä? Hallo? Ja, fertig, geh mal weg. So. Mal das Ohr erledigt. Ihre Schwester soll ja die gefährlichere sein. Hm. Bin ich auch. Kopfgeld-Jagg abgeschlossen. So. Hier bin ich. Und hier haben wir noch einen Aussichtspunkt. Und da bin ich. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt. Ich würde mich an meiner Stelle verpissen. Du stehst auf der falschen Seite. Ich bin da. Ach, hast du frei. Sieht flink. Ihr müsst überwältigen. Bam, bam, bam. Sieht bei dir aus? Ich brauche deine Hilfe. Ja. Genau so. Aufpassen. Tschüss. So. Oh. Wir haben... Genau, ein Buch. Gepresste Blumen. Ich glaube, die gepressten Blumen können wir an diesen Friedhöfen finden. Oder dort, wo halt vielleicht auch Blumen üblich sind. Aber da kriegen wir bestimmt auch eine schöne Montur und eine Jubel-Errungenschaft. Hoch mit dir, Frau Damm. Da haben wir noch ein Gang-Quartier. Oh Gott, noch eine Kutsche. Noch ein Kutschenrennen. Ja. Ja. Mal gucken, wo die langläuft. Nein. Ach, verdammt, ich wollte gehe. Ach, der Martin Church Vorteilabschluss. Okay. Auf, Assasin. Atme versteckter Klingel. Klingel. Genau, bei der Klingel. Wir klingeln die einfach zu Tote. Bis die dann Ohrenschmerzen bekommen. So, haben wir den nochmal identifiziert. Na, alles schön. Wir freuen uns, dass es ihn gibt. Wir freuen uns, wenn ich mit dir fertig bin. So. Ich komme wieder. I'm with you. Ah, guck mal. Nein. Was machst du? War es das unentdeckt? Oder? Bestimmt da oben irgendwo. Die Truhe. Aber wir haben doch jetzt Zusatz-EP bekommen, ne? Oder? Jo, schön. So, da haben wir hier auch nochmal eine Kopfgeldjagd. Sorry, 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 sorry. Fröhung, fröhung, fröhung. Aber ich brauche echt schon ewig, um halt Stufe 4 zu bekommen, oder? Gut, man kommt wahrscheinlich schneller ans Ziel, wenn man eher die Hauptmission macht, oder? Nein, oh, Entschuldigung. Ey, ich habe eh gedruckt. Achso, ich muss Nachschub, okay. Welcher Vorrat ist denn verbraucht? Ich wollte es eigentlich ein bisschen cooler machen, aber... Bestimmt unten in der Kanalisation, kann ich mir vorstellen. Komm, ich gehe gleich mal runter. Die Juwelen, die Diamanten. Ich habe die Diamanten verloren. Oh, hat er nicht. Ich will doch nur ein paar schöne Dinge haben. Ist das denn wirklich so schlimm? Ja. Nein! Oh! Das war der! Nein! Oh, verdammt. Ich bin aber auch so dumm. Ich habe auch nicht... Oh! 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 Scheibenkleister. Oh! Och Mann, das ärgert mich jetzt voll. Da war ich zu vorschnell. Und zu voreilig. Och, Mensch. Das hat mir bis die Tante hier. Da geht. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, verdammt. Oh. Schleck sie an! Ich werde dich gerne aussetzen. Einer muss dir in den Rücken fallen. Nee. Ach, Mann, das ärgert mich gerade wirklich. Extrem. Aber es war halt schon irgendwie klar, dass der das ist. Also dass er zum einen halt in der Kanalisation sich befinden muss. Ach, Mann. Warte. Als hätte er es gewusst, ne? Ah, ist der Weg. Oh, Leute. Fack mal. Fack mal. Lol. Wir haben wirklich die lahmartigsten Pferde von allen, oder? Verdammt. Mein Gott, Pferd. Lauf, oder? Mein Gott, geh schneller. Geh schneller. So. Ah. Das war natürlich suboptimal. Das hatte er sicherlich nicht verdient. Ja, komm, geh nach Hause, heu woanders rum. So. Dann machen wir jetzt noch zum Schluss das Gangquartier. Da machen wir die alle hier mal um. Beziehungsweise, warte mal. Gangupgrades. Genau, Pappspiele 10.000 kommen. Schaffen. Dann haben wir ja auch dann wieder mehr Volumen in unserer Bank, was wir aufnehmen können. Und ich glaub, ich glaube, halbe Stunde. Halbe Stunde war das ja immer. Ah, da kriegt man ein bisschen mehr Geld. Und was? Hab ich nicht ganz verstanden. Können wir das vielleicht nochmal wiederholen? Ja. Wer ist die? Ich bescheuze sie. Okay. Wir fangen Rooks befreien. Warte, die Frage, wo sind denn die hier? Wo ist denn die Rooks? Tut mir leid. Ja, ich weiß ja nicht. Weißt du, der wusste ja nicht, wo der ist. Verdammt. Verdammt. Ich glaub, der ist Level 5, oder? Wo sind die Überfallpläne? Ich muss die jetzt mal finden, oder? Wo muss ich die irgendwie hier plündern? Nee. Hä? 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 Was sind denn die Überfallpläne? Da. Mann. Mängstens ist eines... Achso. Ich wollte gerade sagen, brem mir nur diesen einen Plan an. Wollte ich nämlich wissen, woher sie weiß, dass es genau der Plan ist, die wir verbrennen müssen. So. Haben wir wenigstens eine Sache abgeschlossen. Wie gesagt, die Rooks, ich... Obwohl, ja, stimmt, wir müssen das Adlerauge nehmen, was durch Wände sinken kann, weil damit können wir das besser ordnen. Eindringlich! Eindringlich! Ah! 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 Schön! Ah! Oh, großer Messerbeutel kriegt man als nächstes. Ah! 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 Bundeslevel 4. Ach nee, wir haben hier noch die zwei Sachen. Genau. GC Butler, Kopfgeldjagd. Da versuche ich natürlich, den jetzt wieder lebend zu bekommen, weil ich hätte schon gern die ganzen zusätzlichen XP-Punkte. Und ja, dann... Genau, das sind die drei letzten, die uns fehlen, bis wir den Bezirk dann befreit haben, beziehungsweise muss ja dann der richtige Templar-Bezirksleiter ja auftauchen und dann eliminieren, wir den ja dann ganz einfach, schön geschmeidig. Und ja, das ist so der Plan für die nächste Folge, beziehungsweise können wir mal ganz schnell in unser zweites Heim hineinschauen. Oh! Oh, Gängelführer, Lemon! Wir haben 20 Raben in einer Pastete! Hä? Oh, ach so. Ich kann dir die Rübe wegrufen! Hä? Verdammt. Hä? Was machen die jetzt alle? Hä? Was ist das denn? Ich bin überfordert. Na, beim Ziehbleiben. Ich wusste ja nicht mehr, was ich jetzt hier machen soll. Ich wollte... Ich war ganz anders eingestellt gerade. Ey, ist der Ernst? Ich wollte zu meinem Zug... Ich bin nur zu zweit. Hä? Ja, Alter. Macht jetzt doch erstmal hier keins, Kollegin. Ah! 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 Hä? Was ist das denn? Ey, Mann! Sind die alle komplett bescheuert? Mann, wie viel soll ich denn noch hier machen? Ich soll F, dann E und dann noch am besten Leertaste drücken gleichzeitig. Oh, nee. Was ist das denn jetzt für ein Müll? Ich will das nicht machen. Ich will in meinen Zug. Ich möchte in meinen verdammten, wunderschönen Zug einsteigen. Und meine... Mein Tresor plündern. Ja, was für Interesse ist, ist eine Dreiköpfige Familie jetzt hier. Ich will in meinen Zug, verdammt, nochmal. Es kommt der ganze Müll hier nochmal. Ja, danke. Mein Güte. Darf ich? Okay, wir gehen überhaupt nicht in meinen Zug. Kein Problem. Ich werde jetzt die Templar-Jagd jetzt hier in Angriff nehmen in der nächsten Folge mit der guten Evie. Und dann rekrutieren wir hier mal diese, ne, drei Kollegen. Ja, ey, egal. Ich sag nix dazu. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder, wenn wir die Templar-Jagd beginnen. Und... Beziehungsweise, warte mal, Fähigkeiten. Wir haben zwei. Verteidigung. Ich glaub, das ist wichtig. Beziehungsweise, warte mal, Beute-Takedown. Ach, wir nehmen mal den... Ja, die Fähigkeit Beute-Takedown. Und dann... Genau, Adlerauge brauchen wir noch. Genau, damit wir die Rooks sehen. So, sehr schön. Alles klärchen. Und wir sind jetzt Level 4. Gang Upgrade. Haben wir da irgendwie noch was? Na, brauchen wir 10.000. Und Inventar... Waffen. Dieser Gegenstand muss hergestellt werden. Okay, da wird es bestimmt noch beigebracht, wie wir die Sachen herstellen können. Aber so werden wir uns welche in der nächsten oder übernächsten Folge anschauen. Und werden erst einmal... Ja, werden erst einmal diesen Bezirk befreien. Und... Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.